Geister. Ein Geist ist die böse Seele einer toten Person, die sich von den Ängsten anderer Menschen ernährt. Sie wurde durch besonders grauenvolle oder tödliche Tode erschaffen. Wenn sie gestört werden, können sie die ganze Nachbarschaft verwüsten. Annie! Sammy! Bei einer Untersuchung hast du etwa 5 Minuten Zeit, bevor der Geist aggressiv wird und deine geistige Gesundheit rapide fällt. Nutze diese Zeit, um dein Equipment aufzustellen und den Geist zu finden. Heute allerdings musst du dir darum keine Sorgen machen. Okay. Ich werde diese Kamera taktisch platzieren. Wie stelle ich die hin? Äh, mit F dann. Ah! Oh. Jetzt gehen wir raus und gucken uns den Geist mal an. Die Tür bewegt sich. Ich habe dir ein Buch gebracht. Schreib mir was. Ich mag ja so eine Games nicht. Ich frage mich gerade, ob man im Tutorial sterben kann. Halt die Fresse. Äh, Yuki, haust du rein? Hat Spaß gemacht mit dir? Peace. Äh... Wir sind Geisterjäger. Schade, ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwie so ein Geist vor die Kamera. Welcome back. Tada! Guten Tag! Lass uns mal hier ein Briefing machen. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Thomas White. So, hier noch eine Kopfkamera. Annie, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber... Hm? So hot bist du mich? Darum geht es hier jetzt auch gar nicht, Semi. Nimm dir eine Kopfkamera. Los, hier. Du lässt vor, du musst ein bisschen sagen wegen Thermometer, wegen... Thomas White. Thomas White. Thomas White. Nein, 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 Semi, 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 bitte nicht. Sag es lauter. Thomas White. Thomas, ich bin da. Ohne Scheiß. Die haben ein Foto von Adolf Drehen. Ach, wir werden sowas von sterben, ey. Bist du das, Thomas White? Bist du auf dem Dachboden, Thomas White? Thomas White. Ich beschwöre dich. Oh, drei Grad. Thomas White, ich lege dir hier was hin, da kannst du schreiben. Ach, Semi. Was machst du denn? Okay, lass uns erstmal rausgehen, mal einmal die Kamera checken und noch das andere Kram holen. Also, Semi-Line. Ja. Wenn wir da drin sind, ja? Ja. Und die Lichter fangen an zu flackern, Taschenlampe, alles fängt an zu flackern, müssen wir uns schnell einen Raum besuchen, der von dem Raum, wo der Geist drin ist, weiter weg ist. Türen zu machen und Lichter aus, weil das ist die Jagd. Und sind wir dann nicht versteckt, tötet sie uns. Oder der? Ich würde sagen, ich bleib im Überwachungswern und ich gucke dir einfach mal ein bisschen zu. Wir haben ein Orb, guck mal, siehst du das? Der fliegt da rum, der Orb. Nimmst du die Sprachbox mal bitte mit? Wenn du mir sagst, was hier die Sprachbox ist, was habe ich denn hier noch? Was habe ich denn hier aufgehoben? Das kannst du auch wegpacken. Das ist der Bewegungsmeld, den brauchen wir nicht. Und dann nimmst du nochmal hier ein Fotoapparat mit. Ich will aber ein Kruzifix. Nee, das ist Silberne. Nee, das brauchen wir gerade noch nicht. Wir brauchen erstmal ein Fotoapparat. So, jetzt gehen wir wieder rein. Machen wir ein Selfie, Thomas White? Ey, Kackboy, ich rede mit dir. Er sagt der Tag. Er sagt der Tag. Er sagt der Tag. Wieso bist du so viel schneller als ich? Warum hast du ein Kruzifix und ich nicht? Ich will aber ein Kruzifix. Nee, das brauchen wir gerade noch nicht. Wir brauchen erstmal ein Fotoapparat. Thomas White, ich habe ein Kruzifix. Hallo, wir haben hier ein EMF 5-Wahn. Guck mal. Sag nicht seinen Namen noch ein paar Mal. Thomas White, Thomas White, Thomas White. Ja, wunderbar, Semi. Oh nein! Was mache ich denn jetzt? Semi! Semi! Bitte! Können wir kurz darüber reden? Anni, ich habe dir gar nichts getan. Das war ein Unfall. Ich schwöre es. Anni, du weißt gar nicht, ob was du dich eingelassen hast. Team Sanity. Durchschnittlich 100. Bei Anni ist ein Fragezeichen. Das passt. Das kommt hin. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Daniel Williams. Daniel Williams, Daniel Williams, Daniel Williams. Das war ich nicht, der hat seinen Namen selber gesagt. Leute, ich finde, wir sind richtig gute Geisterjäger, Alter. Siehst du die Fingerabdrücke? Oh, schön. Telefon, Anni. Wer bist du? Guck mal, hier. Dreier-Ausschlag. Oh, wir haben Buch-Eintracht. Und die Quatsch-Bots. Er sagt Attack, Alter. Er sagt Attack, Alter. Ich will hier weg. Semi. Ja. Er sagt Attack. Heißt, ähm, Kruzifix holen. Alright. Sollen wir Ihnen hier einen V-Controller mitnehmen? Äh, das Buch verschiebt sich gerade in dem Raum. Äh, wie hoch ist die Aktivität gerade? Wo säg'n das? Die ist quasi null. Ach nee, die ist bei zehn. Holy fucking shit. Anni? 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 Ich bin. Anni? 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 Das war's für heute. What the fuck? Spiel lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Ich will jetzt Unreal Tournament spielen. Sandra. Ich bin es, deine Urgroßmutter, Sandra. Ich finde, Annie ist ein bisschen angespannt, oder? Sandra, mein Liebes. Wie alt bist du? Okay, sie hat da irgendwie keinen Bock drauf. Aber die Tür ist zugegangen. Hast du die Tür zugemacht? Findest du auch, dass die alten Thermometer, die man rektal eingeführt hat, besser waren? Ich habe dir hier was zu schreiben hingelegt, wenn du Bock hast. Ansonsten können wir auch gerne Fieber messen. Nicht, dass du dich angesteckt hast mit Corona. Komm, 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 komm. Ah! Das ist ein kleines Kind. Fuck me. Oh Gott, es hat mich. Es hat mich. Andy stirbt immer wegen mir. Ich habe nichts gemacht. Ich bin schäflich. Ich habe nichts gemacht. Oh, hier ist die Küche. Ich könnte mir vorstellen, dass wir sie hier finden. Warum? Warum sollten wir sie hier finden? Jetzt sag bitte nicht, weil es ein weiblicher Geist ist. Natürlich nicht. Was ist dein präferiertes Pronoun? Adult. Holy shit. Bist du böse und gemein? Dann lass das Reden sein. Ist du hübsch und kokett? Dann wäre Reden nett. Kill, sagt er. Das ist nicht sehr nett. Aber ich muss sagen, fühle ich mich gleich viel sicherer, jetzt wo du die Räucherstäbchen hast. Ich höre, ich höre was. Stand da an der Tür. Hab ein Foto gemacht. Hoffe ich. Okay. Ja, passt. Passt. Ich glaube es nicht. Wir haben überlebt. Voll easy, alter. Der hier heißt James Miller. James Miller. Heißt der James Miller oder heißt der James Miller? Ich weiß es nicht. 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 James Miller ist ein Ball untergeworfen. Hier in den Spielzimmer ist es relativ kalt. Es ist 10 Grad im Verhältnis zu den anderen Räumen. Oh, wow. Wow? Wow, was? Hab mich angefaucht. Achso. Hört ihr mexikanisches Telefon oder was? Oh, scheiße. Ich meine, oh, scheiße. Oh, zack, Mann. Ich war zu langsam. James Miller. James, James, James. Fuck me. Oh Mann, ich hab auch nie mal an. Hab ihn. Geht's ihm raus. Yay, wir leben. Robert Robinson, du öder, langweiliger Vogel. Mama! Ey, ja, weg dir. Hab ich ein Foto? Ich weiß nicht, ob ich ein Foto... Annie? Annie? Raus! Annie, er ist tot. Gab's einen Toten? Er ist tot. Annie? Ja, ich bin noch drinnen. Bleib am Leben. Ich bring ein Knicklicht mit. Äh, lass uns mal rausgehen. Und wenn ihr dann in die PNF noch... Achso, wir müssen da nochmal rein. Uns fehlt noch ein Beweis. Was heißt, uns fehlt noch ein Beweis? Ich hab ihn gesehen. Ich hab ein Foto von dem Vieh gemacht. Das fuckt mich übelst ab gerade. E-M-F wieder schlägt... Ja! Oh, Mann. Schreck mich nicht so, verdammte Kacke, Alter. Hat mich angeschaut. Hat mich angeschaut. Trete vor mir, Robert Robinson. Zeige dich, Robert Robinson. Töte mich, Robert Robinson. Ich glaube, dass wir ein Film bei LMF kriegen würden, weil Fingerabdrücke sind nicht, Sprachbox ist nicht... Robert Robinson. Höre mich, Robert. Ich bin unzufrieden damit. Es reicht mir nicht, Annie. Wir brauchen ein Foto. Ja, ich gehe. Ich gehe im LKW und gucke mir das alles auf Video an. Annie. Ich hab Angst. Wir brauchen ein Foto. Annie. Komm schon. Du bist sowas von tot. Du weißt es nur noch nicht. Annie, komm. Ach, mein Gott. Du kannst mal die Wasserquelle suchen, wo das Wasserhärfen davon im Bett machen, aber war halt das Kreuz in der Hand. Es gibt am Ende des Flurs jeweils, den zu rechts, diese Waschräume, da sind die Waschbecken. Ich bin ganz starker. Sag mir, dass ich ein ganz starker Mann bin. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Ja, bleib ruhig. Ich habe mich gerade dezent erschrocken. Aber wir haben ein Fünfer. Holy fuck. Super easy, Alter. Ich weiß gar nicht, was ihr für ein Problem habt. Okay, Annie, du willst das ja. Robert Robinson, Robert Robinson, komm und hol mich, Robert Robinson, komm und hol mich, Robert Robinson, du kleiner Pissnelka. Komm. Robert, ich habe die Seife fallen lassen. Ich bin wehrlos. Robert, 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 Robert. Wow, hast du das gehört? Ich habe ein Follower. Da ist er. Robert Robinson, ich habe dich gesehen, du Drecksau. Komm raus, Schnuckelchen. Yeah. Robert Robinson. Yeah. Robert Robinson. Robert, 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 Robert. Robert, 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 Robert Ich will ein Foto von dem Da, jetzt kommt er Robert, Robert Komm und hol mich, Robert Komm und hol mich, Robert Komm und hol mich Robert, Robert Robinson Komm und hol mich, Robert Robinson Dude, komm und hol mich Der soll kommen Oh, das ist nicht gut Der hat mich eingesperrt Annie? Das war's, das war's Ich will mich, Robert Robinson Ich will mich, Robert Robinson Ich will mich, Robert Robinson Vielen Dank.